willkommen zurück leute schön dass ihr wieder eingeschaltet habt ihr hört schon meine allergie kicken über hart ich lasse mir aber trotzdem nicht nehmen jetzt wieder zu drehen und zwar ihr seht es fast ich bin fast bei 1000 und ich bin jetzt unterwegs zum 2000er inspektion wieder zu carver motor und da werde ich mein schickes bike dann abgeben wert anderes bei gestoppen nach hause fahren und dann meine süße hier später wieder abholen dieses jahr ist echt dieses jahr ist echt richtig hart mit allergie wenn ich das schätzchen abgeholt habe weiß ich auch was es gekostet hat und während euch natürlich berichten was alles gemacht wurde und was aber viel wichtiger ist wenn die inspektion hier fertig ist und der motor warm ist zum ersten mal durchziehen darauf freue ich mich schon echt richtig hart und da darf natürlich das video nicht fehlen das heißt ich fahre jetzt erstmal noch bis zum cover motor und melde mich gleich vom anderen bike wenn ich wieder zurück fahre so da fährt der marwin dahin fährt mein nettes schätzchen zum service und ich pack mir jetzt die 701 super motor und schwing mich damit geschmeidig nach hause ja preis weiß ich jetzt noch nicht marwin meinte gerade so um die um die 300 euro circa für den service mal schauen wie viel es zum schluss wird so dann erste gang ist drin wir fahren los ist halt schon mal wieder was ganz anderes man ist aber auch echt witzig an der stelle einfach nochmal vielen dank an cover motor dass das alles so unkompliziert klappt mit termin für die werkstatt und ausleihmotorrad etc das ist schon einfach nice service ist einfach echt gut na gut ich mache mich jetzt erstmal auf dem heimweg werde dann da den tag abwarten und wir sehen uns wieder wenn ich auf dem weg bin zurück zum abholen bis später ciao so hallöchen leute ich sitze auf meinem schnuckelchen und fahr jetzt hier links richtung münchen der motor wird langsam warm freunde der erste service ist gemacht und ja war tatsächlich etwas teurer als angenommen für den service habe ich 293 euro geblecht für den tausender service das wurde ganz normal diese alle sachen von der kawasaki checkliste quasi abgearbeitet zusätzlich wurde noch wurden meine bremsbeläge vorne ein bisschen abgeschliffen die haben nämlich gequietscht das hatte ich kurz nach der auslieferung wenn ich das motorrad wenn es aus ist und ich es geschoben habe dann haben die ein bisschen angefangen zu quietschen weiß ich jetzt gar nicht ob das berechnet wurde ich glaube nicht sondern tatsächlich nur der service 293 euro stolzer preis bei meiner honda damals waren sie irgendwie 100 150 irgendwie sowas in dem dreh klar das ist natürlich hier auch eine andere motorrad klasse ist ein bisschen generell wahrscheinlich in der in der wartung halt teurer als so eine cwr 500 r aber das ist doppelt so viel ist hätte ich nicht gedacht ja ich weiß nicht ob andere leute das von euch auch mal hatten die haben bei mir noch die batterie spannung etc gecheckt da ist laut protokoll alles in ordnung allerdings hatte ich nach der auslieferung zweimal das problem dass ich bei mir die total time also der speicher der die zeit wie viel das motorrad insgesamt gelaufen ist die total time und sich meine uhrzeit haben die waren quasi ich habe sie richtig eingestellt und dann zweimal nach dem anmachen quasi wieder falsch das konnten wir jetzt in der werkstatt leider nicht nachvollziehen ist aber natürlich immer so solche probleme sind immer nur bei einem zuhause und wenn man es dann in der werkstatt vorführen will passiert es nicht aber könnt mir gerne falls jemand mit einer z 900 hier zuschaut mal in die kommentare schreiben ob er das problem auch schon mal hatte würde mich echt interessieren und ich bin echt so happy jetzt wieder auf mein baby hier zu sitzen 988 kilometer ich bin wahrscheinlich auch der einzige dulli auf dieser welt der freiwillig vorher bevor er die kilometer anzahl erreicht hat zum service fährt ich habe die kiste halt irgendwie mit weiß ich nicht 978 kilometer oder so hingestellt heute morgen und jeder normale mensch wird es halt ausreizen bis zum schluss halt irgendwie 1100 oder so keine ahnung aber ja ich wollte halt einfach nächste woche falls ich doch mal wieder fahren sollte eine weitere strecke wollte ich halt einfach schon auch dann durch knallern und halt nicht noch vorsichtig einfahren und wie was weiß ich so das soll dann schon alles ready sein und passen meine spiegel haben sie mir noch ein bisschen weiter nach hinten gedreht jetzt sehe ich deutlich besser muss ich sagen in den spiegeln jetzt kann die luci eigentlich abgeben stau 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 ich melde mich gleich wenn ich aus dem stau wieder draußen bin da bin ich wieder endlich raus aus dem stau aber es ist immer noch volle autobahn und geschwindigkeitsbegrenzung soweit das auge reicht ich bin jetzt bei 1009 kilometer habe also jetzt die magische 1000 geknackt und ich habe immer noch nicht mehr als 6000 im drehungen gedreht bis jetzt ich konnte einfach noch nicht ich blende euch mal kurz die checkliste und die rechnung ein für was ich da jetzt alles eigentlich bezahlt habe dass ihr das mal seht dann vielleicht auch wisst was es ungefähr bei euch kosten wird das war jetzt noch gar nichts aber alter wie der sound sich verändert wenn man vollgas gibt es ja krass ein komplett anderer sound ja gut schade wir konnten zwar nicht voll durchziehen aber also im grunde geht es ja auch um den service und nicht um das erste erlebnis dazu mache ich dann einfach ein separates video ich sage vielen dank fürs zuschauen ich hoffe euch hat es gefallen dann lasst gern daumen nach oben da kommentieren und abonnieren nicht vergessen leute die die glocke leutet die könnte auch direkt aktivieren und wir sehen uns hoffentlich nächste woche wieder im nächsten video bis dahin ciao